Gold. 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 So, gehen wir zum Level 9. So, was geht hier ab, ey, der Major, den kann ich nicht ab, Leute. Das ist so ein richtiger arroganter Fatzke hier. Der, was uns am Sack geht, auf Deutsch. So, was ist hier? This is a Libre. Beautiful, isn't it? Click it now. Schau mal, was da abgeht. Oh, wow. What the fuck. 3000. Das kostet Geld. Zwei Brücken reparieren, 25 Happy Dings Bombs und raise money for the library. So, das soll mal upgraden oder wie auch immer. Boah, das mit Halt. Fuck. Was ist jetzt mit dem? Wo starten wir? Wir starten hier. Wir brauchen, was können wir hier machen? Äh, das kostet Holz, Holz, Holz und Holz. Das reparieren wir gleich. Wir bauen eine Sommel. Wir bauen eine Farm. Und eine Hütte. Oh, dass ich kein Geld mehr habe. So ein Scheiß. Jetzt haben wir Blödsinn gemacht. Muss ich nochmal anfangen. Das Level kann man nicht mehr gewinnen, weil ich zu wenig Geld habe. Fehler, Fehler, Fehler. Gut, Fehler passieren, Leute. Das kann ja mal passieren in der Hektik, sag ich mal. So, also zuerst bauen wir mal das Haus. Danach bauen wir eine Säge. Und danach bauen wir erst die Farm. Und dann reißen wir diesen Scheiß her ab. Nicht wie umgekehrt vorher. Sonst gibt es natürlich nett Leute. So, das Haus, das können wir auch schon upgraden. Dass wir dann mal Kohle kriegen. So, Geld haben wir. Jetzt warten wir da, dass wir 1000 haben. Dann haben wir wieder Holz. So, das heißt zweimal hier abkassieren. Und dann rollt der Hobel. Aber so richtig. So, komm, gib mir Kohle. Gib mir Moos. Gib mir Moos. So, das kann man nicht. Da habe ich nur so wenig Kohle. 80. Jo, das können wir uns leisten. So, so, so. Du holst jetzt Holz. Nimm dir das. Nimm dir das. Du darfst Essen nehmen. Bin ich nicht ein guter Diktator, wollte ich schon sagen. Ein guter. Wie nennen wir uns? Ähm. Ja. Ein guter. Ist es jetzt repariert oder nicht? Ein guter Bürgermeister. Nennen so. So, dann bauen wir hier noch ein Häuschen hin. Die Brücke muss repariert werden. Da braucht man wieder Kohle, Kohle, Kohle. Moos, Moos, Moos. Denn ohne Moos ist nix los. Das ist ganz einfach. So, von der Zeit her haben wir nur ein bisschen Zeit. Also im Moment haben wir noch keinen Stress. Aber das wird jetzt gleich kommen. Ich brauche nämlich eine Ewigkeit, bis wir hier tausend wieder haben. Dass wir uns wieder Holz kaufen können. Das zieht sich ein bisschen. Der ist schön abgegradet. Der gibt wenigstens 150 Kohle. Also zumindest das. So. So. Sollten wir es gleich dann haben. Zack, zack. So, haben wir es jetzt. Jawohl. So, jetzt können wir Holz bestellen. So, du nimmst jetzt auch Kohle. Das kann ja wohl nicht sein. So. Upgraden, Junge. Upgraden. Weg mit der Brücke hier. Wir brauchen dann schon wieder Holz. Ja, so. Holzmangel haben wir einen sauberen. Das ist schon mal sicher. So. Du kannst auch noch upgraden. Und hier können wir gleich ein Haus kaufen. Das kannst du nicht. Okay. Das ist jetzt ein Problem. So. Dann bauen wir noch ein Haus, dass wir Kohle kriegen. Wir brauchen. Was brauchen wir? 3500 Holz. Boah, das war teuerisch. Aber das ist machbar, Leute. Das ist durchaus machbar. Das ist nicht unmöglich. Das ist überhaupt kein Ding. Das wird super funktionieren. Vertraut mir, Leute. Also ich kann es nicht versprechen, dass Gold wird. Aber es sieht nicht so schlecht aus. Das war schon mal schlimmer. So. Bisschen Kohle noch. Zack. Du nimmst das Futter. Du nimmst das Futter. Und Upgrade. Achso. Brauchen zuerst. Was ist das denn? Jo. Haben wir jetzt Holz oder nicht? Jo. 410. Okay. Du upgradest. Ihr nehmt euch das hier alles. Hier nehmen wir auch nochmal das da. Es geht jetzt im Moment nur um die Kohle. Um das Moos. Und ohne Moos ist nichts los. Das wissen wir alle. So. Das haben wir. Geld holen. Geld holen. Futter holen. So. Baut das super hin, Leute. Geld holen. Geld holen. Geld holen. Geld holen. Und hier holen wir noch einmal Holz. Braucht man sowieso. So. Holen wir noch mal Holz. Essen. Holen wir gleich auch ordentlich. So. Da kann man upgraden. Jo. Das passt. Jetzt geht es nur mehr um die Money holen. Um taktisches Geklicke, sag ich mal. So. Geld. 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 So. Wir brauchen jetzt 3.000 Kohle. Und 500 Holz. Das heißt 500 Holz. 500 Holz. Das heißt das da einmal und dann passt das. Jawohl. Muss man nur Money 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 hier machen. So. Das könnt ihr euch auch holen. Das ist kein Problem. Wir wollen zufriedene Leute. Das könnt ihr euch ruhig holen. Das Essen. Das ist überhaupt kein Problem. So. Jetzt ist schon ein bisschen was los im Dorf. Das wird sie nur ein bisschen ziehen. Wir brauchen wirklich Kohle ohne Hände hier gerade. So. 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 Jetzt fehlt mir noch einiges. 3.000. Warte. Gut. Aber das können wir demolieren. Da kriege ich jetzt Geld. Dann geht das nämlich zackiger. Und wir können das hier machen. Jawohl. So geht das Leute. Aber wir brauchen nur ein paar zufriedene Leute. Also so ganz ist es auch nicht. So. Hammer. Jetzt muss das nur mehr hier renoviert werden. Und finish. 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 Kommen wir nur noch aussehen. Einfach für die Psychologie. So. Hopp. Hopp. Das ist gleich fertig hier. Das ist kein Problem. graden. So haben wir es. Und fertig. Level komplett Leute. Das muss jetzt aber ordentlich Punkte geben. Wir kriegen Gold. Ja. Selbstverständlich. Gold. Und ordentlich Punkte. So loben wir das Leute. So loben wir das. So Leute. Ich wünsche euch noch einen schönen YouTube Tag. Danke fürs Zusehen. So Leute. Wir hauen uns gleich. In den Level 10. Team. Hallo Major. Was geht ab? So. Der labert uns voll hier. Blablabla. 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 Und blablabla. So. Was gibt es hier zu tun? Äh. Ich bin der Major Assistent. Und blablabla. Wir müssen dem Sheriff jetzt hier assistieren. So. Schauen wir mal. Was ist hier los? Äh. Was brauchen wir? Get right all of this. Okay. Wir sollen alle Kriminellen verhaften. 50 Essen brauchen wir und 2000 Dollar. So. Mal schauen was der braucht. 200. Das heißt der kostet Geld zu verhaften. Okay. Geld muss man natürlich auch verdienen. Das heißt wir sollten hier mal ein Haus bauen. Den hier weg. Und auch eine Sägemülle sollte man bauen. Damit man Holz haben. So Leute. Bitte Leute Leute. Schön upgraden. Bisschen Kohle holen. Da ist alles drin. Dann gleich wieder upgraden. Das geht sich aus. So. Nochmal upgraden. Kommt der Handwerker. Macht das. Fein, 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 fein. So. Jetzt brauchen wir Essen. Das geht sich aus. Wir nehmen gleich 10. Das geht sich wunderbar aus. So. Du kannst da Essen nehmen. Das ist kein Problem. Ehm. Geld. 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 So. Wir brauchen aber viel mehr Geld. Denn wir wollen 1000. Damit wir hier Holz kaufen können. Sonst kommen wir nicht weiter. Das heißt wir müssen jetzt ein bisschen warten. So. Einmal und dann noch einmal. Und dann haben wir zumindest Holz. Und dann kann man Wetter diskutieren. Denn ohne Holz komme ich hier nicht weiter. Die Zeit läuft. Die Zeit läuft unaufhörlich. Wir können sie nicht stoppen. So einen Scheiß. So. Du kannst da Essen holen. Komm. Geld. 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 Oh. Oh. Die Kohle. So. Oh. Was sagt 50? Wollte mich verarschen? Ja. Denke mal. So. Jetzt kann man das Geld gekriegt. Was ist das da? 20. Äh. Gold. Coin. Hier. So. Wie knapp. Ah. Das sind so die Geheimnisse. Okay. Das nehmen wir auf jeden Fall. Da können wir ein bisschen. Gold. Coins. Das sehen wir. So eine Art Extra. Oder sowas. Das machen wir auf jeden Fall. So. Aber vorher machen wir hier ein Haus. So. Und dann machen wir diese Gold. Coins da weg. Das finde ich sehr interessant. Ja. Es gibt Kohle. Ganz einfach. Und zwar richtig Moos. So. Du kommst doch. In Haft sozusagen. Den fangen wir ein. So. Jetzt lassen wir den noch schön upgraden hier. So. Fangen den Scheisse ein. Den können wir noch nicht einfangen. Wir brauchen viele Lebensmittel. Okay. Dazu brauchen wir einfach mal Geld. Dann hier brauchen wir nur 1000. Sonst kann ich nichts machen. Wir können diese Nuggets hier einstrafen. Das geht auf jeden Fall. Weil die geben gut Kohle. So. Das kannst du nehmen. Das ist kein Problem. Geld. Geld. So. Und dann können wir hier Holz kaufen hoffentlich. Jawohl. So. Mit dem Holz können wir hier noch mehr Geld verdienen. Und dann passt das schon. Wir brauchen einfach nur Kohle. Kohle. Essen. Kohle und Essen halt. So. Gleich können wir uns das leisten hier. Jawohl. Zack. Hier auch noch ein Haus. So haut das hin. Liebe Leute. So funktioniert das. Wir kommen vorwärts. So. Nehmen wir gleich noch mehr. Upgrade. Upgrade. Kohle. 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 Essen. Also es läuft so halbwegs. Kann man sich nicht beschweren. Essen müssen wir auch mal kaufen. Wir brauchen dann ein gewisses Quantum Lagern. Nämlich 50. Sonst wird das hier schwer funktionieren. So. Das kann man upgraden. Das kann man upgraden. Kohle nimmer. Kohle nimmer. Essen kriegst du. Und Kohle. Wir müssen immer wieder essen hier. Heranschaffen. Es wird knapp. Aber ich sag mal so. Es ist schaffbar. Ist absolut schaffbar. Wieso? Also wir haben nicht ganz was zum upgraden. Aber das sparen wir uns jetzt. Das geht so hoch. Haben wir halt ein bisschen weniger Einnahmen. Es ist wurscht. Es ist wurscht. Dann nehmen wir nochmal 10. Und dann haben wir genug. Auch dass wir die nur versorgen können hier. Und dass wir uns das Ziel trotzdem erfüllen. 2.000 haben wir gleich. Das kriegen wir hin Leute. So wir müssen die nur einfangen hier. So. Und so. Es dauert jetzt ein bisschen bis wir das hier zusammen kriegen mit dem Geld. Geld, Geld, Essen, Geld und nochmal Geld. So. Haben wir 2.000 und wir haben Gold, Gold, Gold. Wir haben es noch geschafft. Nice one. Wir machen wieder mal einen Cut. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, liked mich, schreibt einen Kommentar. Ich würde mich wirklich drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Zocker Andi vom Gameplay Deluxe. Tschüss. 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 Tschüss.